Es gibt keine Funkungen. Wie, was? Funkungen? Nicht? Rungenschaft freigeschaltet. Es gibt keine Funkungen. Oh, das war anders. Oh, ich hab immer noch die hässlichen... Warte doch mal, Julian. Julian! Das ist Catwoman. Das ist egal, lass sie. Jetzt warte doch mal, die erzählen uns wichtige Dinge. So, du möchtest eine Schraube gehen. Great. Retail-Therapie, ein freundlicher Feuer. Rico! Klaue ein Auto! Guck mal! Ah, warte mal, wie kann ich das, äh... Das Radio? Äh, wie kann ich denn... Ne, wie kann ich das? Die, die Pfeilteißen nach links und nach rechts. So, was ist das? Mach ich, aber da passiert nichts. Also, die vom Steuerkreuz meine ich. Ja, ja. Länger gedrückt halten. Ach so. Na ja, ne, 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 hm? Du drehst dich nur bei mir. Nein, ich tanze. Guck. Ich schläft aber gar nicht. So. Ach, ist ja doof. Wie kann man denn das Radio nochmal ändern? Bei mir läuft jetzt gerade Reggae-Musik. Bei mir läuft Rausche, Bert. Warte mal. Lass uns ein Auto klappen. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Ich hab mir schon ein Auto ausgesucht, was wir gleich nehmen. Und wir brauchen neue Klamotten nehmen. Ich kann mich jetzt gerade nicht. Doch wir nehmen das. Julian! Fahrzeug entführen, Fahrzeug schnell entführen. Was ist da? Ja. Nein, wie kann ich denn? Los, steck ein. Wir sollen uns einsteigen, nicht tanzen. Ich möchte das Radio ändern. Oregon. Set dein GPS aus der Map in deinem Hub. Hub? Hub. Warte. Moment. Friendly Fire. GPS. Musik. Radio. Welches Radio machen wir denn? The Mix. Ich glaube, ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Oder alles ausmachen. Ich befürchte, wir müssen alles ausmachen. Weil ich nicht weiß, ob das Gamer Musik ist. Aber Oregon Classic, dürft ihr eigentlich... Warte mal, lass uns mal Classic reinmachen. Ach halt, ne, das ist... Ne, ich mach alles aus, einfach. Also wir wissen leider nicht, äh... Wie's mit Gamer aussieht und so. Oh, der hat ein Motorrad! Nein, Julian, nein, wir nehmen das Auto! Julian! Was, hast du denn gerade runtergekippt? Ja. Na gut, ich fahr mit dem Auto. Oh, da ist ein Krankenwagen, ein Krankenwagen! Nimm den Krankenwagen, Julian! Ja. Ich hab immer noch Reggae Musik. Also ich hab keine Musik. So, lass uns mal ein bisschen Gas geben. Ich hab, äh, hier... Blaulicht und Sirene. Geisterfahrer! Ah, ja! Ich hab mal Erfahrungspunkte hier sammeln. Ich nehm den langen Weg wegen Erfahrungspunkten. Ach so, ist auf Maximum. Oh, da ist eine komische Kuppel. Komm ich ja nicht durch? Ach so, ich muss da rum. Okay. Wir sind wahrscheinlich schon fünf Stunden da. Ne, ne, ich bin hinter dir. Ach so, ja, da fährst du ein Krankenwagen. Oh, ich hab da jemanden verwischt. Ja, ich bin ja gleich da. Knapp verfehlt. Oh, da ist ein Klamottenstorm. Da müssen wir als nächstes hin. Sobald mal Geld haben. Knapp verfehlt. Ich muss doch hier irgendwo mal wieder abbiegen, oder? Mal da vorne. Boah, Alter. Ah, ich bin da. Kann man denn nach hinten gucken? Weiß ich nicht. Wer will denn nach hinten gucken? Ich bin da. Und du? Ich parke hier mal. Ordnungsgemäß. Wie das für eine Frau sich gehört. So. Ich hab mal hier geparkt. Oh, ich bin glaub falsch gefahren. Ich bin glaub falsch gefahren. Einfach mit GPS noch. Ich hab's nicht eingestellt. Geradeaus, Julian! Hier! Hier bin ich! Hallo, Rico! Aus der Bahn! Halt der Bahn! Halt der Bahn! Halt der! Ich dachte, du weißt, guck mal, habe ich ihn schön geparkt. Hier sind irgendwo ein Waffendings. Hier? Was hast du ihn geparkt? Ja, in der drüben habe ich geparkt. Hast du es nicht gesehen? Das gelbe Auto? Hier, guck. Da? Hier so? Ist Zinek wirklich wirklich zu lassen, dass du mir Weapons hier kaufen kannst? Ich weiß nicht. Erinnerst du, wie du für dich kaufen kannst? Oder hat der Präsident dich zu gut für das gemacht? Y, Tür öffnen. Geh einkaufen. Gut, dann gehe ich mal einkaufen. Wie viel Geld haben wir denn? Tausend. Waffen kaufen und verbessern. Dann wollen wir nur Pistole an, oder? In Besitz keine. Ja, würde ich sagen. Pistole. Schwere Pistole. Hast du dir gleich Upgrades, oder? Ich schau grad mal. Magazinkröße. Ich nehme... Ja, doch. Ich kaufe mir auf jeden Fall mal ein Upgrade. Zwei Upgrades. Zwei Upgrades hab ich schon gekauft. Munition kaufen. So, voll. Und jetzt kaufe ich mir noch ein paar Upgrades. So, ach, anpassen. Ah. Wo kannst du dir Munition kaufen? Ganz, wenn du zurück gehst ins Hauptmenü. Ich bin ein Proll. Fühlt mir leid. So, Schaden kann ich mir nicht mehr leisten. Wollen wir nochmal einen auf Magazin Größe. Einen da drauf. So, mehr kann ich mir nicht leisten. Hab ich voll? Ja. So, verlassen. Übernehmen. Also ich hab mir nur ne Pistole gekauft. Richtig, ich hab mir noch ne OMP gekauft. Also ne MP. Aber guck mal, was für ne Kanone ich mir gekauft hab. Aber ich war doch schon einkaufen. Warum sagt der immer noch, ich soll einkaufen gehen? Vielleicht, wenn ich noch einkaufen bin. Achso. Wo brauchst denn du so lange? Bloß, weil du dick bist, heißt das nicht, dass du lange brauchen darfst. Das ist doch. Du bringst jetzt all die anderen Leute in Verhof. Ein Moment doch. Ich brauch auf jeden Fall neue Klamotten. Ich hab zwar jetzt schon die Hälfte ausgegeben. Also fast alles meines Gelds ausgegeben. Was denn da für ein hässliches Gewehr? So. Oh, wir kriegen Besuch. Oh, wir kriegen Besuch. Zeit, um sie zu erinnern, um die zweite Änderung zu erinnern. Zinyak geht in diesem Ort. Ich glaube, die Konstitution hält hier nichts. Oh, 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 oh. Die Mädchen kippen Ass. Was machst denn du? Na komm. Warte, jetzt hab ich den als Bodyguard. Als Schild meinst du? Ah ja, als Schild. Lass mich mal, bleib doch mal stehen. Stille halten, Julia. Halt doch mal. Ja, ich halt still. Alter, wie viele Händen da aus, der Penner? Da schießt noch jemand. Ja, da drüben steht einer. Nein, kaputt! Warte, da liegt Geld. Oh, wo? Nee, Heilung. Ach doch, da vorne. Ein Haufen Geld. Moment. Da ist noch ein Polizist. Da sind noch ein paar Polizisten. Da ist noch ein Bulle. Irgendwo. Aber ich glaube, wenn wir hier weiter rumstehen, das hört glaube ich nicht auf. Wenn ich das richtig nahe genommen habe. So, komm, lass uns mal fahren. Ja, du willst heim? Mhm. So, schreien sie ein. Da haben wir noch das Geld auf. Ach, da liegt auch noch Geld, stimmt. Aber wenn ich eins sammel, kriegst du es ja auch. Sicher, weil bei mir liegt es noch rum. Hä? Ja. Also ich krieg jetzt nur erst Geld dazu. Da liegt auch noch Geld. So. Ich gewinne immer meine Argumente. Wo fahren wir denn hin? Ah, GPS. Zu dem blauen Ding. Ich hab ein paar Sanden bei mir hinten reingebackt. Geil! Oh, ich bin... Ähm... 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 Ich bin da. Und du? Oh, bei mir lag es glaube ich ein bisschen. Oh. Bei mir lag es definitiv ein bisschen. Aber warum tut es das? Ich weiß nicht. Ritter, da schießt jemand von hinter uns. Ah, da ist. Cardi. Hey, woher habe ich denn das her? Ach, das habe ich eingesammelt oder was? Oh, ich darf gar nichts. Ich bin ja da, Julian. Ha, Kopfschuss. Kopfschuss. So, gibt es da noch irgendwas? Nö. So, ich hätte gern meinen Poliz... Och, doch, davon liegt noch Munition. Gegen LNMP. Nö, LNMP will ich nicht. Hier ist noch Heilung. Bringt zwar nichts, aber okay. So, wo ist mein Polizei, oder? Da. Ich habe interessante Waffen. Was willst du, hä? Was willst du? Ich habe gedacht, ich wäre um das... Was machst du denn, du da? Das ist mir sehr gut. Du musst im Sprint auf einen zurenden und dann da kurz machen. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Warte, warte. Oh, toll. Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Ja, super. Du bist so böse. Ich habe ein bisschen Aufmerksamkeit. Du hättest da abgemessen. Da unten? Rechts. Ja. Nur noch vor ein Stück zurück. Da ist einer. Da schießt er. Komm, schießt er. Da sind Polizisten da. Ich bin aber schon wieder drin. Wenn du kurz durchatmen. Nichts. Nein. Achso. Nichts. Ja, da war doch so ein Abbiegefrei. Kann ich das kaputt machen? Das leuchtet so. Oh. Das ist das hier Ding. Die Grundlagen. Geschafft. Geschafft. Das leuchtet so. Das leuchtet so. Das leuchtet so. Das leuchtet so. Das leuchtet so.